Ja, hallo liebe HC-Fans, wir begrüßen euch heute aus dem wunderschönen Schersberg in unserem einwöchigen Trainingslager. Olli und ich haben heute die ehrenvolle Aufgabe, euch unser neues Magazin, was sich HC-TV nennt, näher vorzustellen. Ja, und das könnt ihr immer auf unserem neuen YouTube-Channel sehen, da gibt es Hintergrundinformationen oder auch Spielberichte und alles rund um die Mannschaft könnt ihr da immer einsehen, also einschalten. Ich werde euch sicherlich fragen, wie ist unser erster Tag gelaufen? Wir durften erst mal um 7 Uhr morgens aufstehen, um 7.15 Uhr ging es dann zum ersten kleinen Lauf heute, eine halbe Stunde. Ja, habe ich bisher auch nicht gemacht, ohne was zu essen, zu trinken, gleich eine halbe Stunde laufen. Haben wir einigermaßen hinter uns gebracht. Dann gab es natürlich ein schönes Frühstücken, ausgiebiges. Und um 10 Uhr durften wir wieder in der Halle antreten. Dann gab es schon das erste Erfolgserlebnis für Alt. Jung wurde mit 4-2 abgewatscht. Und sonst wurde im Training eigentlich hauptsächlich auf taktische Dinge heute Wert gelegt. Unser 6-gegen-6-Angriffsspiel haben wir viel gemacht und man muss auch sagen, erste Fortschritte erzielt. Um das mal vorwegzunehmen, das 4-2, was der Olli vorher angesprochen hat, da ging es natürlich um das Fußballspiel. Ich denke, der Olli ist einfach nur euphorisiert von seiner und natürlich auch die Leistung seiner Teamkollegen. Da ich jetzt auch bei Team Alt spiele, nehme ich mich da natürlich gar nicht aus. Weiter ging es dann mit einem Mittagessen. Danach gab es dann für manche eine Pause oder sie haben sich von unseren Wunderhänden Axel Kessner ein bisschen behandeln lassen. Nachmittags ging es dann weiter mit erneutem Training, wo es relativ locker zuging. Wir haben viel taktisch gemacht, haben an neuen Spielzügen gefeilt. Und ja, bis zu Olli gesagt hat, es wird von Tag zu Tag besser. Die meisten haben sich ja auch schon sicher gefragt, warum unser neunerationaler Spieler Ole Ramel am Testspiel gegen Auerbach gefehlt hat. Hingegen, anders laut einer Gerüchte, erweilt im Sommerurlaub, muss man dann doch sagen, dass es andere Gründe hat und die erfahrt ihr jetzt. Ja, hallo Leute, ihr habt mich sicherlich gefragt, warum ich am Dienstag nicht beim Testspiel in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle war. Ich wurde am Montag aus dem Trainingsbetrieb genommen aufgrund einer Zerrung am hinteren Oberschenkel. Das hat sich aber nicht so schlimm herausgestellt und zum Glück darf ich jetzt morgen wieder ins Training einsteigen und die Mannschaft wieder voll unterstützen. So, jetzt sind wir am Ende des langen Tages angekommen, hatten gerade unseren letzten Programmpunkt. Das war eine Besprechung, wo wir einige organisatorische Dinge geregelt haben. Also es wurde neuen Kapitän und Co-Kapitän gewählt. Es wurden die Ämter neu verteilt und auch einfach so ein bisschen unsere interne Zielfestlegung haben wir vorgenommen. Jetzt kommen wir auch schon zu euren Facebook-Fragen. Bevor wir die stellen, habe ich noch eine kleine Frage an dich, Pavel. Ich habe mich nicht getraut zu kommentieren in Facebook. Aber was mich richtig interessiert, dein Bart, der glänzt so schön, ist aber immer schön wei. Ich habe schon ein, zwei Mal auch reingegriffen. Wie kriegst du das hin? Danke für dein schönen Kompliment, lieber Oli. Ich benutze natürlich eine sehr wirksame Seife für mein Bart. Und natürlich nach dem Waschgang benutze ich noch ein Öl, das ihn so schön gepflegt aussähen lässt. Okay, cool. Dann kommen jetzt Nico mit den nächsten Fragen. Ja, ich habe jetzt die Aufgabe, eure Facebook-Fanfragen an Pavel zu stellen. Wir werden jetzt hier ein, zwei rauspicken und den Rest wird Pavel dann später noch am Computer erledigen. Aber Oli und ich wollen jetzt dann auch irgendwann mal schlafen gehen, weil wir morgen um sieben Uhr die nächste Einheit vor uns haben. Wir fangen an mit, viele Leute können einen Wechsel von Berlin zum HC nicht. Na, die Frage lassen wir dann schon mal aus. Wir nehmen seriöse Fragen. Pavel, hast du neben dem Training Zeit für ein bisschen Sightseeing? Zeigen dir die anderen die Umgebung, schrägstisch Stadt. Was hast du dir schon angesehen und was gefällt dir hier in der Region? Ich habe dank unserem Trainer nicht so viel Zeit zum Sightseeing gehabt. Die Zeit kommt natürlich, oder ich hoffe mindestens. Das Einzige, was ich sehen konnte, war natürlich ein schöner Brumbachsee, wo ich einmal baden gehen durfte. Und sonst, dadurch ich in Erlangen nicht wohne, ist es für mich ein bisschen schwieriger, mir die Stadt anschauen. Aber ich gehe davon aus und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr beide mir auch dabei helfen und mir zeigen die geheime und schönste Ecken der Stadt. Da bin ich mir zu gegebener Zeit relativ sicher, dass wir das schaffen. So, nächste Frage. Mit wem verstehst du dich denn am besten im Team? Also wir machen das nicht unfair, du kannst Oli und mich weglassen, weil du hast uns vorher schon gesagt, dass du uns ziemlich gern hast. Aber jetzt sagen wir mal, außer Oli und mir, wer ist dir denn da sympathisch in der Mannschaft? Och, ihr seid mir alle sehr sympathisch. Ich glaube, es gibt viele sehr schöne und interessante Persönlichkeiten unter uns. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ich würde keinen herausnehmen, weil ich fühle mich im Moment ganz wohl unter euch. Ja, Oli steichert meinen Bart ab und wieder. Also, wenn würde sowas nicht gefallen, ne? Was will man denn da? Läuft also ziemlich perfekt für dich. Das hört sich gut an. So, dann nehmen wir noch eine Frage. Hier Caroline Loth fragt, Pavel, hast du zusätzlich zum Handball eine Ausbildung oder Studium gemacht? Beziehungsweise, was würde dich nach der Karriere interessieren? Oh, diese Frage stelle ich mir auch ziemlich oft, was nach der Karriere passieren wird. Ich hoffe, dass das nicht so schnell bei mir anstehen wird. Aber es ist ein bisschen schwieriger, es zu umschreiben, weil in Tschechien der Schulsystem ein bisschen anders ist als in Deutschland. Aber ich habe eine Schule mit Abitur abgeschlossen, die maschinenbauorientiert ist. Und ich habe mich auch auf drei Universitäten probiert, aber ich habe leider mit dem Handball viel zu tun gehabt. Und die Ambitionen waren auch im Handball recht größer als beim Studium, was ich im Nachhinein bereue. Aber das kann man immer noch nachholen, was meine Mutti mir nach ihrem 40. Jahr mit ihren zwei Uni-Abschlüssen gezeigt hat. Aber, ja, wie gesagt, dumm bin ich nicht, hoffe ich. Und ich werde schon irgendwie klarkommen, weil ich bin jetzt unter fast nur studierten Männern. Das färbt ab. Das hoffe ich, das habe ich mich erhofft von der Verpflichtung erlangen. Sehr gut. Also, wie ihr seht, müssen wir uns keine Gedanken um die Zukunft von Pavel machen. Und auch so scheint es ihm hier bei uns bis jetzt ganz gut zu gefallen. Wir hoffen, euch hat es natürlich auch gefallen, die erste Folge von HC TV. Und wir freuen uns dann, euch hoffentlich morgen mehr erzählen zu können. Schlusswort. Lass uns dann noch ein paar Mal청auten. Untertitelung des ZDF, 2020